Ich will einfach gut arbeiten, ich will gesund bleiben und der Rest kommt von allein. Ich fühle mich extrem wohl hier in Dortmund und es hat gut angefangen, glaube ich. Die ersten paar Monate, dann war das ganz okay. Aber ich glaube, die letzten Monate bin ich definitiv hier angekommen. Ich habe das gezeigt, was ich von mir selber erwarte, was die Leute von mir erwarten hier in Dortmund. Dortmund und ich passen gut aufeinander und deswegen will ich noch hoffentlich viele weitere Jahre hier spielen. Als ich kam, war ich immer noch nicht der Älteste hier, war so im Mittelfeld, was das Alter angeht und musste mich antasten, musste Leistung zeigen. Ich glaube, ohne Leistung geht gar nichts und ich glaube aber jetzt mittlerweile hören die Jungen auf mich. Wenn ich mal Ärztwörtchen zu sagen habe, dann haben die auch ein offenes Ohr und hören auch auf mich. Ich erwarte immer extrem viel von mir selber und ich setze die Messlatte sehr, sehr hoch und ich muss jetzt in der Vorbereitung gut arbeiten und auf jeden Fall muss es mein Maßstab sein, so wie in der Rückrunde zu spielen oder noch besser und es geht immer besser und ich hoffe, das werde ich in der Zukunft zeigen. So auch, ich versuche mir nur这个preserm Aus核 gempten und auf jeden Fall mit mir hinein, ich sage dir piloten aber wo ich in derichtigste Ay pande und ich hör krank bin. aber in der RückrundeILzi‐ notch kamen Sie mich ab? Ich bin jetzt bei mir nur den Indexenden�� Vielen Dank. Ein we화를 mit dictionary.